Der Equalizer ist wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug bei der Stimmbearbeitung. Damit kannst du deine Stimme klingen lassen, als wärst du die Synchronstimme von Barry White oder aber auch als würdest du durch ein Telefon sprechen. Aber meistens hat man dann doch eher mit grundsätzlicheren Problemen bei seiner Stimmaufnahme zu tun. Zu bassig, zu dumpf, zu nasal, zu crisp, zu dünn. Na, kommt dir das bekannt vor? Es gibt zum Glück drei ganz einfache EQ-Moves, mit denen du jedes dieser Probleme ganz einfach beheben kannst. Und zwar egal ob Podcast, aber auch Gesang oder auch Rap. Und das Beste ist, dafür musst du kein Experte sein und auch kein extra Geld ausgeben. Wenn du dich dafür interessierst, wie es geht, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog. Schön, dass du dabei bist. Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, sind es oft nicht die abgefahrenen Sounds, für die wir einen EQ oder einen Equalizer einsetzen, sondern meistens sind es ganz banale Reparaturen von irgendwelchen Aufnahmen. Der Equalizer ist damit also mehr ein Werkzeug als ein kreativer Klangformer und hat ausschließlich die Aufgabe, die aufgenommene Stimme gut oder zumindest etwas besser klingen zu lassen. Wir hören uns gleich mal drei handelsübliche, leicht problematische Stimmaufnahmen an und ich zeige dir, mit welchen drei EQ-Einstellungen du hier sofort eine deutliche Verbesserung erreichen kannst. Alles, was du dazu benötigst, ist der kostenlose TDR Nova als Equalizer. Es geht aber natürlich auch mit jedem anderen EQ-Plugin, zum Beispiel dem EQ aus deiner DAW. Wenn du aber den TDR Nova benutzen solltest, dann zeige ich dir am Ende noch zwei zusätzliche Einstellungen, wie du jede Stimme noch ein kleines bisschen besser klingen lassen kannst. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weiß schon, dann schnell zweimal auf Daumen nach unten drücken und hier auf das nächste Video. Wir gehen jetzt mal in die Session und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und damit du erstmal weißt, worüber wir reden, verrate ich dir erstmal, wie ich die Aufnahme gemacht habe. Ich habe nämlich eine Sprachaufnahme gemacht von der Rhabarber Barbara und habe die Aufnahme gemacht mit einem Mikrofon, mit einem Röhrenmikrofon für den schmalen Geldbeutel, nämlich mit dem Manga Bay von Monkey Banana hier im Bild zu sehen. Und mit dem habe ich dann Aufnahmen gemacht. Ich habe einmal eine Standardaufnahme gemacht, in dem ich ganz normal vor dem Mikrofon gestanden habe und dann habe ich noch zwei ein bisschen schwierigere, schwierigere, das Wort ist schon schwierig, schwierigere Szenarien simuliert, nämlich einmal eine sehr dünne Stimme und eine sehr dumpfe Stimme. Beides auch Sachen, die durchaus bei einer Aufnahme passieren können. Und damit wir die jetzt gleich passend reparieren können, habe ich die Aufnahmen einfach mal gefickt. Wir hören mal kurz rein hier in der Session, wie die Aufnahmen klingen. Zunächst einmal die Standardaufnahme, die klingt wie folgt. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Die Rhabarber Barbara darf mal wieder herhalten. Das war die Standardaufnahme, ich vor dem Mikrofon. Dann habe ich eine dünne Aufnahme gemacht. Das ist diese hier. Sie ist schon sehr dünn geraten auf jeden Fall. Da kann man durchaus mit dem Equalizer was nachhelfen. Und dieses Szenario ist dir bestimmt nicht unbekannt aus der einen oder anderen Aufnahme. Und dann haben wir noch eine sehr dumpfe Aufnahme, was zum Beispiel passieren kann, wenn du ein Lavalier-Mic zum Beispiel bei einem Podcast hier unter dem Pullover haben solltest oder so. Dann kann es durchaus passieren, dass es dann so klingt. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rabar-Barbaren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Barbaren-Bart-Barbier meist mit den Rhabarber-Baber-Rabar-Baren in die Rhabarber-Baber-Rabar-Bar und so weiter und so fort. Eine sehr dumpfe Aufnahme. Alle drei wollen wir jetzt mal reparieren. Und ich habe ja schon gesagt, wir brauchen dazu einen Equalizer. Und ich nehme dazu meinen Lieblings-Equalizer, nämlich den TDR Nova kostenlos. Link unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ne, habe ich nicht gesagt, aber habe ich gerade schon eingeblendet gehabt. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und hier von diesem Equalizer, der jetzt erstmal relativ komplex aussieht, brauchen wir im Prinzip nur zwei Filtertypen. Nämlich einmal einen Shelf-Filter, einen auf Deutsch würde man Kuh-Schwanz-Filter sagen. Keine Angst, ich zeige dir gleich, warum er so heißt. Und das kann man auch wirklich direkt erkennen. Und einen Glockenfilter auf Deutsch oder Bell-Filter, wie man auf Englisch sagen würde. Beide Filtertypen brauchst du. Beide Filtertypen stellt der TDR Nova zur Verfügung. Und ich zeige dir mal kurz, was es damit auf sich hat. Wir sind hier gerade im Band 1 auf der linken Seite, im ersten Filterband. Und wenn ich hier auf der linken Seite mal hier einstelle, welchen Filtertyp wir hier haben wollen für das Band 1, dann nehme ich mal hier das, was so ein bisschen aussieht wie so ein hochgezogener Kuh-Schwanz. Und wenn ich jetzt hier einfach mal mit dem Gain-Regler hier ein bisschen anhebe, den du hier siehst, dann wirst du auch direkt sehen, warum er Kuh-Schwanz-Filter heißt. Weil wenn ich hier anhebe, dann siehst du, dass ab einer bestimmten Grenzfrequenz, die hier links daneben eingestellt ist, hier im Moment mit 80 Hertz, dass ab da breitbandig angehoben wird. Also alles unterhalb dieser Grenzfrequenz wird angehoben. Oder aber, wir haben ja gerade über Kuh-Schwanz gesprochen, kann natürlich auch abgesenkt werden. Und dann siehst du auch schon, warum das diesen deutschen Namen trägt. Denn letztendlich heißt es Shell-Filter. Mit dem Shell-Filter kann man also anheben, breitbandig oder absenken. Und das gibt es halt nicht nur im tiefen Frequenzbereich hier, sondern das gibt es durchaus auch im hohen Frequenzbereich. Gehen wir hier auf das Band 4 und da siehst du, dass hier schon eingestellt ist, dass hier der High-Shelf, also der Shell-Filter, der Kuh-Schwanz-Filter, der auf die hohen Frequenzen wirkt, dass der hier schon voreingestellt ist. Und wenn ich hier anhebe, dann siehst du, dass auch hier was passiert. Hier wird nämlich oberhalb einer bestimmten Frequenz, in diesem Fall sind das hier gerade 6 Kilohertz eingestellt, wird angehoben oder aber entsprechend abgesenkt. Und mit diesen beiden Filtertypen kann man schon grobe Probleme auf jeden Fall beheben. Ist ein Signal zu basslastig, kann man mit dem Low-Shell-Filter oder mit dem Kuh-Schwanz-Filter im tiefen Frequenzbereich kann man absenken. Ist es zu dünn geraten, kann man damit anheben. Und umgekehrt im Höhenbereich ist es zu spitz, kann man damit breitbandig absenken. Oder ist es ein bisschen zu mumpfig, dann kann man damit anheben. Ich bin immer ein großer Freund davon, dass man Sachen wegschneidet, die nerven. Das heißt, wenn es zu mumpfig ist, dann sind nicht unbedingt zu wenig Höhen da, sondern sind erstmal zu viel Bässe da. Aber das schauen wir uns gleich mal im Beispiel genau an. Ich habe dir ja gesagt, dass wir noch ein zweites Filterband dafür brauchen, für unseren Reparaturversuch, den wir jetzt gleich machen. Und das ist ein Bell-Filter, ein Glockenfilter. Und wenn wir hier mal auf das Band 2 gehen, das schon eingestellt ist hier als Glockenfilter, kannst du hier schon am Symbol erkennen, warum das Glockenfilter heißt. Du kannst es noch besser erkennen, wenn ich hier mal direkt anhebe. Ich hebe mal hier an und du siehst, dass es wirklich aussieht wie eine Glocke. Hier haben wir die Kernfrequenz, die hier in der Mitte eingestellt ist und dann fällt es aber auf den linken, also im tieferen Bereich und im höheren Bereich der Frequenzen fällt es dann nochmal ab und hebt also nicht nur die Kernfrequenz an, sondern natürlich auch die Bereiche drumherum. Wie scharf das Drumherum angehoben wird, kann man übrigens hier über diesen Q-Regler einstellen. Da kann man einstellen, wie breit oder wie schmal die Glocke sein soll. Wir lassen es aber heute einfach mal dabei, dass wir erstmal die Standardeinstellung hier drin lassen, stellen wir alles wieder auf Null und gehen jetzt mal auf unsere Stimme, gucken mal, was wir da genau beheben müssen. Ich sag dir mal, was ich hier höre und dann beheben wir das Problem mal. Erstmal die gute Stimme, die in Anführungszeichen gute Aufnahme, die also ganz normal stattgefunden hat, die ich nur ein bisschen nachbearbeiten muss. Hören wir mal rein. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Ich habe ein kleines bisschen zu nah am Mikrofon drangestanden. Das heißt, der Nahbesprechungseffekt war durchaus ausgeprägt, was charmant klingt, aber mir ein bisschen zu viel Bässe mit. Und wir schalten mal hier auf der rechten Seite, falls du den Schalter hier suchst, hier auf In, dann können wir nämlich mal sehen, wie das Frequenzspektrum auch hier im TDR Nova aussieht. Das schaltet ja leider nicht automatisch an, wenn man ihn aufruft, aber wenn man da einfach das Eingangssignal hier auf der rechten Seite mit dem In-Schalter einfach mal aktiviert, dann kann man sehen, wie die Frequenzverteilung hier im TDR Nova ist. Nochmal, in einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Du siehst, dass hier einiges im tieferen Frequenzbereich am Start ist tatsächlich hier. Da sieht man auch die Frequenzkurve hier noch. Alles unterhalb von 200 Hertz ist im Prinzip auch der Bereich, der den Nahbesprechungseffekt nochmal widerspiegelt. Und den wollen wir jetzt mal bearbeiten. Wir haben ja unseren Kuhschwanzfilter gerade gesehen. Und ich stelle ihn einfach mal so ein, wie es mir persönlich gefällt. Dazu kann ich hier an die Regler gehen. Hier unten, ich kann aber auch direkt hier das Band mir schnappen und damit einfach mal Einstellungen vornehmen. Gucken wir mal, wie das Ganze klingt. Und dann soll was Schönes dabei rauskommen. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Mal an und klar aus. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Es ist subtil, tatsächlich gibt das zu. Aber ich habe auf jeden Fall die Bässe jetzt unterhalb von 200, was haben wir hier, 222 Hertz abgesenkt. Und das Signal dadurch untenrum, wie man so schön sagen würde, ein bisschen schlanker gemacht. Also das Dicke unten rausgenommen, wenn man in dieser Bildsprache bleiben möchte. Ich kann es mal ganz rausnehmen, damit du es noch drastischer hören kannst. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. So wäre es mir zu viel. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. So, das wäre jetzt der Bereich, der mir gefallen würde. Jetzt habe ich aber gerade schon parallel dazu gehört, dass wir ein bisschen zu viel Mitten da sind. Und zwar im Bereich von 400, 500 Hertz. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, wo ich gesagt habe, alles klingt besser ohne 400 Hertz. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das hier oben mal einblenden. Aber wir nehmen mal genau hier im Band Nummer 2 jetzt unseren Glockenfilter und stellen den mal auf 400 Hertz ein. Das ist er schon. Guck mal, er ist automatisch schon auf 400 Hertz eingestellt. Und ich hebe mal kurz an das Frequenzband mit dem Gain-Regler, damit du hören kannst, welchen Bereich ich meine, welcher Frequenzbereich mir nicht so schmeckt in den Ohren. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich den rausdrehe. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarberbarbara. Aus. Rhabarberbarbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchengeld verdienen könnte. Das klingt automatisch aufgeräumter, speziell bei 400 Hertz. Und du hast gehört, dadurch, dass ich es angehoben habe, habe ich mich nochmal vergewissert, dass dieser Bereich auch wirklich der ist, der mich stört. Das heißt, heb ruhig mal um 6, 9 dB vielleicht so einen Frequenzbereich an. Guck, ob er dir nervig erscheint und dann kannst du ihn rausziehen. Mach das nicht zu filigran mit zu vielen Frequenzbändern, sondern nur mit einem Bereich, der dich wirklich stört. Das heißt, wir haben jetzt den zweiten Frequenzbereich schon aufgeräumt. Mir wird es jetzt noch ein kleines bisschen, ist es mir noch nicht hell genug. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen dumpf. Wir haben ein bisschen abgesenkt unterhalb von 200 Hertz. Wir haben bei 400 Hertz abgesenkt. Aber ich möchte noch ein bisschen Helligkeit reinkriegen. Ich wollte gerade Fröhlichkeit sagen. Aber wir heben mal jetzt im Band 4 hier, heben wir mal mit dem Kuhschwanzfilter, mit dem High-Shelf-Filter ein kleines bisschen die Höhen an und gucken mal, wie das klingt. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbara aus Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen... Die Stimme wird ein bisschen heller und wird dann noch ein bisschen betont in dem Bereich. Man muss da vorsichtig sein, denn man hebt auch die S-Laute ein kleines bisschen dadurch an. Das heißt, wenn man S-Laute sich mit dem Mikrofon eingefangen haben sollte, dann werden die dadurch noch ein bisschen betont. Aber ich habe dir ja versprochen, dass ich dir am Schluss noch einen Geheimtipp zeige, in Anführungszeichen, mit dem du das mit dem TDR Nova beheben kannst. Dazu aber später mehr. Jetzt haben wir ein paar Einstellungen gemacht. Wir haben jedes einzelne Band gehört. Aber ich glaube, die Summe macht hier tatsächlich den maximalen Effekt. Das heißt, wir schalten jetzt mal den TDR Nova auf Bypass und meine Bearbeitung aus. Und dann schalte ich sie mal an. Mal gucken, wie jetzt der Gesamteffekt ist. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte... Du hörst die subtilen Veränderungen, die wir vorgenommen haben. Einmal mit dem Low-Shelf, mit dem Mittenband, mit dem Glockenfilter im Mittenband bei 400 Hz und mit dem High-Shelf. Sorgen dafür, dass die Stimme viel klarer, aufgeräumter und irgendwie natürlicher auch klingt an der Stelle. So, das war das leichte Material. Jetzt gehen wir mal zu der dünnen Stimme und gucken mal, ob wir da auch einen ähnlich guten Effekt mit dem TDR Nova erzielen können. Ich schiebe mal gerade unseren Loop hier auf die nächste Stelle und wir hören nochmal kurz rein, wie die Ausgangslage ist. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Barenbärte pflegten, gingen sie zum Barbier. Okay, man kann schon deutlich hören, hier sind deutlich zu wenig Bässe, hier sind viel zu viele Höhen und auch die Mitten sind sehr präsent. Das heißt, ich gehe gerne da nach den Problemen vor, die ich auf jeden Fall höre. Das erste Problem, was mir auffällt, es ist deutlich zu mittig. Das ist ja schon kurz vor Telefonsound. Nehmen wir also mal unseren TDR Nova und gehen wieder in unser Band Nr. 2. Und das Band Nr. 2 stelle ich dieses Mal jetzt nicht bei 400 Hertz ein, sondern etwas höher ungefähr. Wir machen mal zusammen, ich verrate dir mal nicht, wo ich es ansetzen soll. Wir hören mal einfach, welcher Bereich nervt. Ich hebe wieder an mit dem Filterband und wir hören mal, was passiert. Ich stelle noch eben den Analyzer wieder hier an, mit einem Klick hier auf das In, damit wir auch sehen können, was hier überbetont wird. Nochmal. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Rhabarber-Barenbärte pflegten, gingen sie zum Barbier. Dieser Bereich bei ungefähr, wo sind wir denn, 1,1 Kilohertz. Das ist der Bereich, der mir jetzt hier zu viel wäre. Das heißt, ich schneide den jetzt einfach raus, ich senke den einfach ab und sorge dafür, dass das Signal insgesamt schon ein bisschen ausgeglichener klingt. Wir haben es jetzt überbetont und gucken mal, dass wir jetzt den Bereich absenken. Mal gucken, was passiert. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Rhabarber-Barenbärte pflegten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Baber-Rhabarber-Barenbad bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich fortan Rhabarber-Baber-Rhabarber. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall schon mal nicht ganz so nervig, so quäkig in den Ohren. Das haben wir gut gefunden, indem wir einfach mit der Sweep-Methode, so heißt das nämlich, wenn man das Band einfach so anfassen kann, in so einem Equalizer gesucht haben, wo es so richtig nervt und haben das dann einfach mal hier um 3, wo sind wir, 3,6, fast 4 dB abgesenkt. Soweit schon mal so gut. Jetzt ist das aber immer noch sehr dünn. Das heißt, wir gehen jetzt ans nächste Problem und heben einfach mal ein bisschen bei den Bessen an. Nehmen wir dazu wieder unser Band 1 und stellen das wieder hier auf den Low-Shell-Filter und gucken mal, dass wir dann hier tatsächlich jetzt die Einstellung so vornehmen, dass es ein bisschen runder untenrum wird. Du merkst, dass es schon eine sehr bildhafte Sprache ist, wenn man über Frequenzen spricht. Aber ich drehe mal ein kleines bisschen rein und nehme dazu wieder das Band in die Hand. Ich drehe also nicht an den Knöpfen, sondern lasse mich einfach so ein bisschen vom Klang her leiten und muss jetzt dadurch, dass ich das Band anfasse, nicht an den drei Knöpfen drehen, sondern habe hier wirklich alles unter Kontrolle mit nur einem Klick. Also hören wir mal. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Baren-Bärte pflegten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren-Bart bearbeiten konnte, wollte... Man wird da so ein kleines bisschen süchtig. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel reindreht, aber es ist natürlich auch nicht so viel da. Man kann ja nichts verstärken, was nicht da ist. Aber damit, das ist jetzt schon eine ganze Menge, was wir hier angehoben haben, bei 5,3 dB. Aber vor allem im AB-Vergleich hört man dann direkt, was das tatsächlich ausmacht. Machen wir nochmal eben aus und dann an. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren-Bärte pflegten, gingen sie zum... Okay, klingt auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer. Jetzt sind aber die Höhen immer noch sehr präsent. Wir haben hier halt ein sehr spitzes Signal. Mit anderen Worten, ich gehe mal nochmal auf unser Band 4 und senke dann wieder mit dem High-Shelf, mit dem Kuh-Schwanz-Filter hier, senke ich jetzt einfach mal ein bisschen die Höhen ab. Wir sind hier eingestellt bei 6 kHz. Das sollte eigentlich klappen. Das heißt, ich drehe mal hier am Gain-Regler, sodass es ein bisschen angenehmer und nicht mehr ganz so spitz klingt. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren-Bärte pflegten, gingen sie zum Barbier. Jetzt klingt es ein bisschen runder, ne? Aber auch hier machen wir wieder den AB-Vergleich, Ausgangsmaterial zu unserer EQ-Kurve, die wir jetzt eingestellt haben. Denn nur im direkten Vergleich kann man am besten hören, was man tatsächlich eingestellt hat. Und dann gucken wir mal, ich stelle den wieder auf Bypass. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren... Das ist schon fast ein bisschen zu viel Höhen abgesenkt. Ich nehme mal wieder ein bisschen raus, stelle es so auf 1,5 dB, dann auf 1 dB, nochmal auf Bypass. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren... Und untenrum, du stellst fest, es ist kein Prozess, der einmal mit Drehen abgeschlossen ist. Und untenrum ist es jetzt zu viel, direkt im A-B-Vergleich hört man sich. Ich gehe mal runter auf 3, 3,5 dB, nochmal auf Bypass. Die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren ihre Rhabarber-Baber-Rhabarber-Baren-Bärte pflegten, gingen sie zum Barbier. Okay, wie gesagt, man kann nichts anheben, was nicht da ist, aber damit wäre ich jetzt schon zufrieden, weil es klingt einigermaßen rund und nicht mehr ganz so spitz. Also, Check bei der dünnen Stimme. Jetzt gehen wir mal auf die mumpfige Stimme und auch da gehen wir wieder problembewusst ran. Hören wir erstmal, was zu viel ist und das nehmen wir erstmal raus. Also wieder der TDR Nova. Wir stellen hier wieder den Analyzer auf Input und gucken mal, was jetzt hier genau am Start, also hören mal, was hier am Start ist. Dazu stelle ich noch eben den Loop hier auf das neue Signal ein und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Aber wenn man sich wirklich von Problem zu Problem hangelt, dann kann man mit so einem Equalizer sehr, sehr gezielt arbeiten und man muss eigentlich nur hinhören und auch gar kein Experte sein, sondern kann direkt benennen, was sind eigentlich zu viel da, was nervt mich und dann kann man genau da gezielt eingreifen mit unseren beiden Filtertypen, die wir hier haben. Also erstmal reinhören. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Baren-Bartpapier meist mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren in die Rhabarber-Baber-Rabar-Baren. Okay, es ist auf jeden Fall untenrum ein kleines bisschen zu viel, in den tieferen Frequenzen ist es auf jeden Fall zu viel. Wir gehen also wieder auf Band 1, stellen wieder unseren Low Shelf oder unseren Kuhschwanzfilter ein und gehen jetzt wieder mit dem Band auf Suche, dass wir es so rausdrehen, dass es einigermaßen angenehm am Ohr klingt. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier meist mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren in die Rhabarber-Baber-Rabar um mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren von Rhabarber-Baras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Dazu trinkt der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier immer... So, schon mal deutlich aufgeräumter. Jetzt sind es wieder die Mitten, die mich so ein bisschen stören. Das heißt, ich gehe wieder mit Band Nummer 2 auf die Suche nach den Mitten, die mich stören, greife mir das einfach mit der Maus und suche mal ein kleines bisschen. Ich denke mal, das wird wieder so im Bereich von 400-500 Hertz landen. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier meist mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren... Ja, da klingt es relativ belegt, also wirklich belegt, so als wenn einer ein Tuch über das Mikrofon gelegt hätte oder über die Lautsprecher. Das heißt, diesen Bereich nehmen wir jetzt mal, ich stelle ihn wieder auf 0 und den senken wir jetzt mal ab. Wir sind, ja, guck mal, obwohl ich gesucht habe, genau bei 400 Hertz gelandet. Senken wir mal ein bisschen ab. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier meist mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren in die Rhabarber-Baber-Bar, um mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren von Rhabarber-Babaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Ja, auch nicht dramatisch, aber es macht schon was aus. Nun, wir haben uns ja vorher überzeugt davon, dass dieser Bereich wirklich nervig ist. So, jetzt ist es aber immer noch ein bisschen mumpfig, das heißt, hier können wir durchaus auch ein paar Höhen wieder anheben und mal gucken, dass wir das ganze Signal ein bisschen heller gestalten können. Gehen wir wieder in Band 4. Unser High-Shell-Filter ist eingestellt. Wir packen uns jetzt einfach mal nur den Gain-Regler und drehen mal ein bisschen hoch. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier. Hier ist es jetzt so, dass es mir dieses Band nicht tief genug runter geht. Das heißt, ich verändere jetzt mal die Kernfrequenz und gucke mal, dass sich die Frequenzen, wir sind im Moment bei 6 Kilohertz, dass ich da drunter auch noch ein bisschen angehoben kriege, damit wir da noch ein kleines bisschen das Signal heller gestalten können. Also, drehen wir mal ein bisschen an der Frequenzschraube. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier meist mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren in die Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren und mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren von Rhabarber-Babaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Du siehst, ich habe jetzt hier 1,7 Kilohertz. Ich bin also richtig weit runtergegangen und hebe den Bereich ab da wirklich an, um da noch mal was hervorzuholen, damit es ein bisschen besser rauskommt, die Stimme sprachverständlicher wird. Und wir machen auch hier den Bypass mal an, damit wir mal hören können, was hier tatsächlich am Start ist. Und die Batteriefahrtung, die klicke ich jetzt hier mal weg. So, kommen wir mal an den Bypass und dann hören wir mal den AB-Vergleich. Nach dem Stutzen des Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Barts geht der Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren-Bartpapier meist mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren in die Rhabarber-Baber-Bar, um mit den Rhabarber-Baber-Rhabar-Baren von Rhabarber-Babaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen. Also auch eine deutliche Verbesserung, es ist nicht mehr so dumpf, es ist deutlich heller, es wirkt aufgeräumter und insgesamt haben wir diese Stimme jetzt hier auch an der Stelle angepackt. Und so konnten wir uns von Problem zu Problem mit diesen beiden Filterbändern durchhangeln. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich dir noch zwei Geheimtipps, in Anführungszeichen, die überhaupt keine Geheimtipps sind eigentlich, aber es sind noch zwei Einstellungen, die ich normalerweise dann auch noch vornehmen würde bei so einer Stimmaufnahme und zwar egal, ob das Sprache oder ob das Gesang oder Rap ist. Denn es gibt zwei Bereiche, die jetzt von uns noch gar nicht bearbeitet wurden, nämlich der Tieffrequenzbereich, also da, wo die wirklich tiefen Frequenzen sind, die unsere Stimme normalerweise gar nicht enthält. Das ist alles so unterhalb von 80, 60 Hertz in dem Bereich. Da hat man normalerweise Frequenzbereiche, die in der Stimme nichts mehr zu suchen haben. Und die S-Laute, habe ich dir ja gerade gesagt, die hier überbetont werden. Und da kommen wir jetzt zum TDR Nova, der nämlich vor allem beim zweiten, beim S-Laut, wirklich helfen kann, ohne dass du jetzt ein separates Plug-in brauchst. Aber als erstes gehen wir nochmal zurück auf unsere Standardstimme und gucken mal, dass wir jetzt hier die tiefen Frequenzen, also alles unterhalb von, sagen wir mal, 60 Hertz an diesem Bereich, da siehst du hier, die Stimme bricht hier so ungefähr ab. Und das ist hier wirklich ein Bereich im Frequenzspektrum, wo die Stimme nichts mehr zu bieten hat. Dass wir da einfach mal mit einem Low Cut, also mit einem Schneidefilter, mit einem Filter, der unterhalb dieser Grenzfrequenz alles wegschneidet, dass wir da einfach mal aktiv werden. Und der Low Cut wird in manchen Kreisen auch High Pass genannt. Das ist ein bisschen verwirrend. Low Cut heißt ja, ich schneide die tiefen Frequenzen ab. High Pass heißt, ich lasse die hohen Frequenzen durch. Beides meint dasselbe. Im TDR Nova heißt es High Pass für die tiefen Frequenzen. Die werden also hier weggeschnitten. Du kannst jetzt hier einfach eingeben, ab welcher Frequenz. Und das machen wir jetzt mal. Du siehst hier schon, dass hier dieser Schnitt quasi auch optisch umgesetzt wird. Aber wir stellen jetzt hier mal 60 Hertz ein. Und damit haben wir das gesamte Gerumpel hier bei 60 Hertz unten drunter weggeschnitten. Das ist wirklich optisch sehr sauber umgesetzt. Wir hören nochmal, was jetzt passiert. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend ihre ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarberbarbara. Du merkst, das Fundament, das ganz tiefe Fundament der Stimme schwindet. Wenn dir das also zu viel ist, dann kannst du diesen Low Cut ruhig auch bei 50 oder 40 Hertz ansetzen. Aber zumindest kannst du darunter alles wegschneiden und dafür sorgen, dass die Stimme da ein bisschen aufgeräumter ist und bei Gesang oder bei Rap dann auch entsprechend den anderen Instrument nicht in die Quere kommt. Aber die S-Laute, wir haben ja hier im hohen Frequenzbereich durchaus was angehoben in diesem Bereich und können jetzt mal gucken, ob wir da dann auch nochmal ein kleines bisschen für Ruhe quasi sorgen. Diese S-Laute kommen ja nicht ständig vor. Und dadurch, dass wir diesen Höhenbereich hervorgehoben haben, ist es immer, wenn ein scharfes S kommt, ist es die Gefahr gegeben, dass dieses S natürlich jetzt nochmal mehr betont wird. Der TDR Nova hat eine super Funktion, das heißt, der kann darauf warten, ob diese S-Laute wirklich überbetont werden und nur dann senkt er genau diese Frequenzen ab. Er ist quasi also auch ein integrierter Deesser, kann also diese S-Laute absenken und das machen wir jetzt mal. Wir nehmen mal unser Band 3, das haben wir ja noch nicht angefasst, und stellen dieses Band 3 auch hier auf einen Bell-Filter, auf einen Glockenfilter ein, damit der in einem bestimmten Frequenzbereich aktiv wird. Und wir können jetzt hier tatsächlich am Frequenzband mal genau sehen, das ist das Tolle, wenn man den Analyzer angemacht hat, können mal sehen, wo die S-Laute sind. Ich zeige sie dir mal. Wir können sie wirklich, also außer, dass du sie hören kannst, kannst du sie auch sehen. Wir hören mal. Schau mal genau bei ausgezeichneter Rhabarberkuchen da, wo meine Maus jetzt gerade auf dem Zoom ist. Da siehst du, dass normalerweise die hohen Frequenzen nicht so stark ausschlagen, aber genau bei diesen S-Lauten etwas stärker ausschlagen. Nochmal von vorne. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen. Bei ausgezeichnet konnte man es wirklich sehr gut sehen. Und diese S-Laute, die sind meistens im Bereich irgendwo zwischen 7 und 11 Kilohertz zu suchen, aber bei einem Analyzer wie diesem hier kann man es auch wunderbar sehen. Man muss es gar nicht jetzt benennen können, deswegen musst du auch kein Experte sein. Du siehst ja hier quasi auf dem Analyzer, welche Frequenzen das sind. Also stellen wir mal unser Band hier genau bei diesen 10 Kilohertz ein, also 10.000 gebe ich hier ein, 10 Kilohertz. Und die Filtergüte hier, die stelle ich jetzt mal etwas schmaler ein. Je höher der Wert, desto schmaler ist das Band. Ich stelle das mal auf 1 ein, also den Q-Faktor auf 1. Falls du alles wissen möchtest über diesen Equalizer, über alle Einstellungen und so weiter, kann ich dir mal hier oben eine Playlist einblenden. Da kannst du alles über Equalizer erfahren, habe ich dir mal alles erzählt im Rahmen einer Playlist. Da kannst du dich mal durchgucken und erlernst dann wirklich, was jeder Faktor hier bedeutet. Hier stellen wir jetzt nur die Breite der Glocke ein mit dem Q-Faktor. Und ich kann es auch mal kurz anheben, dann kann ich es dir zeigen hier. So ist es mit dem Q-Faktor 1. Und wenn ich den Q-Faktor runterdrehe, siehst du, wie die Glocke immer breiter wird. Wir stellen also den Q-Faktor mal auf 1 ein, damit der relativ in dem Bereich abgesenkt wird, wo wir uns auch mit den S-Lauten aufhalten. Nochmal den Gain zurück. Und jetzt kommen wir zu der Spezialfunktion, die ich auch schon mal gezeigt habe, wie der TDR Nova dann dynamisch reagiert auf das Signal, was wir hier tatsächlich bearbeiten wollen. Indem du hier nämlich hier auf der rechten Seite einen Threshold, einen Schwellenwert einfach mal aktivierst und sagst, pass mal auf, immer wenn die S-Laute jetzt ein bisschen über diesen Wert hinausgehen, dann senkst du ein bisschen ab. Dazu musst du nur an diesem Regler hier ein bisschen drehen, der unter Threshold steht. Und schon passiert gar nichts. Also du musst hier nicht den Gain-Regler anpacken, der ja statisch, also dauerhaft absenken würde, sondern daneben einfach Threshold aktivieren, hier dann an diesem Regler drehen. Und wir können es auch optisch mal beobachten, was hier tatsächlich passiert, wenn hier abgesenkt wird, wenn die S-Laute kommt. Spielen wir nochmal ab. In einem kleinen Dorf wohnte ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. So, du siehst schon, dass die blaue Kurve hier anzeigt, dass hier in dem Bereich abgesenkt werden soll. Aber das zeigt nur den Bereich an, in dem abgesenkt werden wird. Wirklich wird hier tatsächlich nur die Absenkung hier auf der gelben Linie angezeigt. Und da kannst du tatsächlich sehen, wie die S-Laute dann leiser gemacht werden. So in dem Bereich von 3 bis 6 dB kann man einstellen, variabel wie man möchte. Du kannst den Threshold-Regler, den Schwellenwert-Regler also durchaus weiter runterdrehen. Achte darauf, dass der Sprecher, die Sängerin, der Rapper nicht anfängt zu lispeln, weil das kann dann auch schnell passieren. Ich drehe noch mal ein bisschen runter. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchengeld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Und damit haben wir den Equalizer perfekt eingestellt und du hast die geheimen Einstellungen auch noch mitgekriegt. Also den Low-Cut und den dynamischen Equalizer, den wir hier nutzen konnten als De-Esser. Aber vor allem den Shelf-Filter, einmal als Low-Shelf, einmal als High-Shelf im tiefen und hohen Frequenzbereich. Und das Glockenfilter, mit dem wir im Mittenbereich angehoben oder abgesenkt haben, je nachdem, was man da gerade vorhat. Damit bist du auf jeden Fall bestens gewappnet, deine Stimmaufnahme, egal welche du hast, ein bisschen zu bearbeiten, eine gute Aufnahme noch besser zu machen oder eine weitgehend nicht ganz optimale oder sogar misslungene Aufnahme zumindest so weit zurecht zu biegen, dass man damit einigermaßen einen natürlichen Klangeindruck verbinden würde. Viel Spaß jetzt beim Nachbauen auf jeden Fall. Wenn du Fragen haben solltest, schreib sie gerne unten in die Kommentare rein. Ich versuche alles zu beantworten und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir von Gut nur das Beste. Mach's gut und Yassu!